Aus dem fernen Morgenland Wir sind die Sternsinger. Wir ringen den Segen. Ich wünsche euch viel Erfolg und dass das Wetter besser sein möge jetzt. Gesund werden, gesund bleiben. Unter diesem Thema oder diesem Motto steht die diesjährige Sternsinger-Aktion. Ein sehr schönes Motto. Für die Kinder weltweit gilt es, aber auch für uns hier in Deutschland. Und das ist mein Wunsch für euch, für Sie alle. Bleiben Sie gesund in diesem Jahr 2022. Wahnsinn. 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 Untertitelung des ZDF, 2020